Hallo, Hasi. Hi, Hasi. Du, ich habe gerade das Hörbuch beendet, vor allem ich dir erzählt habe. Das war echt grandios. Oh ja, das klingt toll. Du, ich habe vorgestern auch ein Hörbuch beendet. Das war so toll. Das war so genial. Das ist mit dem Sprecher, der hat auch bei... Jetzt komme ich nicht drauf. Du, bleib mal ganz kurz in der Leitung. Ich rufe mal bei Ruth an. Ich habe mit ihr nämlich letztens über den Sprecher gesprochen. Bleib mal ganz kurz dran. Hi, Ruth, ich bin es. Du, ich habe gerade Sandra in der Leitung. Und die erzählt mir von ihrem Hörbuch, das sie gerade gehört hat, von dem sie so begeistert ist. Du hattest doch mir letztens auch von dem Hörbuch erzählt, von dem du so begeistert warst. Mir geht es doch um den Sprecher. Welches Hörbuch war denn das nochmal? Hi, Steffi. Ja, das war echt ein total grandioses Hörbuch. Aber warte mal eben. Christine hatte mich nämlich auch danach gefragt. Ich rufe die mal an, dann kann die auch direkt mithören. Alles klar. Hallo. Hey, Christine. Ich quatsche gerade mit Sandra und Steffi über das Hörbuch, was auch auf deiner Wunschliste steht. Mensch, das trifft sich ja super, dass ich dich gerade in der Leitung habe und dass du angerufen hast. Ich habe gestern Abend ein Hörbuch beendet und da muss ich euch unbedingt davon berichten, weil das lässt mich nicht mehr los. Aber du, warte mal kurz. Ich würde gerne die Steffi mit ins Boot holen, weil die ist absolutes Fangirl von dem Autoren und ja, da wollte ich ihr gerne auch davon erzählen. Bleib mal eben in der Leitung. Hallo, Christine. Hi, Steffi. Schön, dass ich dich erreiche. Ja, ich habe Ruth und die Mädels auch schon in der Leitung. Die haben nämlich ein Hörbuch gehört und ich habe eben gestern auch eins beendet von dem Autoren. Mensch, muss ich dir erzählen? Lass uns gerne ein bisschen drüber quatschen. Und da das Hörbuch bestimmt auch was für Monika ist, warte mal einen Moment. Ich hole sie da einfach mal mit ins Boot. Lass uns gemeinsam drüber quatschen. Hi, Steffi. Hallo, liebe Moni. Ich quatsche hier gerade mit Christine, Ruth, Steffi und Sandra über Hörbücher. Hey, das kommt jetzt richtig gut. Ich höre gerade ein Hörbuch. Da muss ich euch von erzählen. Du, am besten wir machen einen Livestream. Du, das ist eine tolle Idee, Moni. Das machen wir so. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tja, Tja, Tja.